Heute sprechen wir darüber, wie du Hausaufgaben und das Lernen daheim richtig priorisieren kannst. Willkommen zurück Abiturleden, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und das heutige Thema ist wirklich eins der Themen, wo ich das Gefühl habe, da habt ihr noch das größte Verbesserungspotenzial, was ich so ein bisschen wahrnehme aus den Instagram-Nachrichten und YouTube-Kommentaren. Ich glaube, dass das eine Sache ist, wirklich richtig ernsthafte, sinnvolle Prioritäten setzen. Ich glaube, dass wir da noch richtig viel verändern können und deswegen starten wir jetzt in meine Top 5 Tipps rein. Ja, erstens Wichtigkeit versus Dringlichkeit. Was meine ich damit? Wir vermixen die beiden Wörter sehr, sehr schnell im Alltag. Und es ist super wichtig, dass du verstehst, dass manche Aufgaben wichtig sind und andere Aufgaben dringlich. Aber nur, weil eine Sache dringlich ist, also weil du sie zum Beispiel schon bis morgen fertig hast, macht es diese Aufgabe noch lange nicht wichtig. Bestes Beispiel, dass du dich vielleicht für eine Abfrage vorbereitest, ja. Und es ist am Anfang des Schuljahres, das kann theoretisch jeden von euch 25 im Klassenraum treffen. Dann ist das vielleicht dringend, weil es morgen schon drankommt, aber nicht wirklich wichtig, weil die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, dass du drankommst. Was zum Beispiel wichtig ist, aber vielleicht nicht so dringend ist, ist die Vorbereitung auf die Klausur in einer Woche. Da denkst du dir, naja, kann ich ja noch morgen machen, kann ich ja noch morgen machen, kann ich ja noch morgen machen. Aber in dieser Klausur wirst du erstens garantiert abgefragt und zweitens wird es auch wesentlich stärker gewichtet. Das bedeutet, es ist so entscheidend, dass du diesen Unterschied verstehst und dann macht es vielleicht manchmal Sinn, dass gerade wenn viel ansteht, du sagst, okay, you know what, fuck it, ich bereite mich nicht für die Abfrage vor. Wenn es mich trifft, ist mies, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Lieber mache ich jetzt ordentlich was für die Klausur und bin dann in der richtig gut, weil das ist ja der Sinn von Prioritäten, ja. Wir denken oft bei Prioritäten, oh shit, wie kann ich Prioritäten setzen, aber ich will trotzdem alles machen. Wenn du sowieso alles schaffen würdest, müsstest du keine Prioritäten setzen. Und die Unterscheidung zwischen Dringlichkeit und Wichtigkeit ist da dein bester Anhalter. Zweitens, the easy one. Man denkt ja oft bei Prioritäten, oh, ich mache erst das Allerallerwichtigste. Das Problem ist nur, gerade das, was richtig wichtig ist, ist auch meistens das, was uns keinen Spaß macht. Und wir schieben uns dann dieses fette Ding vor den Kopf, sondern mit dieser Eat-Dead-Frog-Methode funktioniert bei manchen super, dass man, wie gesagt, ich mache das Allererstes, die Sache, auf die ich gar keinen Bock habe, aber ist eigentlich ein dummes Kriterium, um darauf zu gehen, worauf man am wenigsten Bock hat. Was ein viel besseres Kriterium ist, was denn am wichtigsten. Aber gerade eben auch die wichtigen Aufgaben sind meistens so richtig fette Batzen, die man ewig vor sich hinschiebt. Was passiert? Du prokrastinierst und verlierst so viel mehr Zeit, als du sie mit sinnvoller Priorisierung jemals reinholen könntest. Deswegen würde ich dir empfehlen, als allererste Sache bei deinen Lernsessions oder was auch immer, wenn du sagst, okay, ich setze mich jetzt an den Schreibtisch, dass du als allererste Sache the easy one machst. Das bedeutet, du suchst dir eh eine Aufgabe raus, auf die du am meisten Bock hast. Weil was dann nämlich passiert ist, du denkst dir, das musst du auch vom Gehirn her schaffen, dass du dich erstmal nur auf diese Aufgabe konzentrierst. Du einfach nur sagst, okay, ich mache jetzt einfach erstmal nur die Aufgabe. Weil du denkst dir, ah ja, cooles Referat zu machen, macht vielleicht super viel Spaß. Oder, ah ja, ich muss halt bloß ein paar Vokabeln durchlesen. Was auch immer dir eben Spaß macht oder auf welches Fach auch, wenn du das an den Anfang setzt, wirst du dich wesentlich wahrscheinlich einfach direkt auch hinsetzen. Und wenn du dann mal am Schreibtisch sitzt, dann baust du sowieso Momentum auf, kommst rein und kannst dann danach auch wirklich die schwierigeren Aufgaben machen. Drittens, the only one. Was ist the only one? The only one ist die Aufgabe, die dann auf the easy one folgt. Das bedeutet, du suchst dir genau die eine Aufgabe aus, die du machen würdest, wenn du ansonsten keine andere Aufgabe machen dürftest. Weil das ist nämlich das, was ganz oft passiert. Wir denken uns, okay, ich habe diese To-Do-Liste und die muss ich heute alle abarbeiten. Dann fängst du an, ba, 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 ba und fuck, der Tag ist vorbei. Was passiert? Du hast locker drei, vier Aufgaben wieder nicht gemacht. Und wenn dann da die allerwichtigste dabei war, siehst du am nächsten Tag einfach richtig alt aus. Deswegen, bevor du anfängst, such dir erst die easy one aus, also die, mit der du garantiert anfängst. Und dann setzt die nach, direkt dahinter, the only one. Also wenn du wirklich bis morgen nur eine einzige Aufgabe von allen und ja das klingt crazy, weil du denkst, ich habe aber so viele und das ist auch wirklich gut, ich kann nicht in die Schule gehen ohne dass ich das gemacht habe. Stell dir vor, du dürftest wirklich nur eine einzige Aufgabe machen. Welche wäre das? Und mach die dann als zweites. Viertens, zwei Folgeaufgaben. Das bedeutet, dass du sozusagen nachdem du the easy one und the only one machst, dass du dir danach überlegst, was sind dann noch die zwei Aufgaben, die darauf folgen können, die ich zum einen auch machen werde. Und vor allem, die auch noch sehr wichtig sind. Und dann, sei zufrieden, wenn du das geschafft hast. Also wenn du schaffst, the easy one zu machen, the only one und dann noch zwei Folgeaufgaben, dann muss es für dich schon ein erfolgreicher Tag sein. Weil was ich ganz, ganz oft sehe, vor allem auch in den Coachings, die ich mache, was ganz oft passiert, ist, dass Leute sich denken, ich habe aber diese To-Do-Liste und ich bin erst zufrieden, wenn ich die komplett gemacht habe. Und gerade in der Klausurphase oder wenn es mal stressiger wird oder wenn verschiedene Dinge anstehen, dann schafft man es einfach sauselten, was passiert. Man ist unzufrieden, hat keinen Bock mehr, was zu machen, prokrastiniert noch mehr, die Liste wird noch länger, man ist noch unzufriedener und das gibt einfach überhaupt keinen Sinn. Deswegen sagt dir, okay, wenn ich the easy one, the only one und die zwei Folgeaufgaben geschafft habe, dann ist es für mich ein erfolgreicher Tag. Weil mit diesem Blick schaffst du das auch meistens und was dann noch kommt, ist nämlich der beste fünfte Tipp und zwar durch die Produktivität pushen lassen. Denn wenn du erstmal the easy one, the only one und die zwei Folgeaufgaben geschafft hast, dann weißt du schon, okay, shit, Alter, ich habe allein schon mit the only one das Allerwichtigste für heute geschafft. Dann noch die beiden zweitwichtigsten Aufgaben mit den Folgeaufgaben und noch eine Extraaufgabe, die mir einfach Spaß gemacht hat. Du hast schon mega viel geschafft und dann ist meistens auf deiner Liste der Anteil, auf den du dich bitte, auch wenn ich jetzt diesen Tipp noch gebe, bitte nie am Anfang darauf konzentrierst. Aber das, was da noch übrig ist, denkst dir, ey, komm, Alter, jetzt habe ich das schon alles geschafft, dann mache ich doch das auch noch. Und das ist nämlich der Hack, weil gerade dann, wenn die To-Do-Liste super voll ist, wenn super viel ansteht, denkt man sich auf, shit, Alter, das ist so ein Aufgabenberg, so viele Dinge, die ich machen muss und du prokrastinierst, prokrastinierst, prokrastinierst. Und was wir jetzt machen, eben mit diesem Video, mit dieser Methode, du switchst das Ganze, fängst mit der allerkleinsten Aufgabe an, machst nach direkt das Wichtigste, dann noch vielleicht zwei Folgeaufgaben und weißt schon, ey, ich habe das, ich habe fast alles, ich habe schon fast alles geschafft oder das Allerwichtigste zumindest. Und wenn du dann drin bist, dann fällt es dir meistens auch leicht, noch die anderen Sachen abzuarbeiten. Und ganz ehrlich, wenn es nicht der Fall ist, ist es auch nicht so schlimm, weil du ja die wichtigsten Sachen davor schon gemacht hast. In diesem Sinne, denk dran, ich glaube an dich. Wir beide hören uns im nächsten Video. Dein Leo. Bis zum nächsten Mal.